Hallo und willkommen zum 8. Zeichen XY. Am Anfang haben wir die Polizei von einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Vor ein paar Jahren sind ein paar Unfälle passiert. Nur noch ein ist ohne Täter. Hier ist Detektiv, die diese Tat untersucht hat. Hallo Detektiv. Hallo Rudi. Alles was sie gerade gesagt hat, stimmt. Es gab vier oder fünf Unfälle in ein paar Monate. Normalerweise gibt es dann meistens ein pro Jahr. Das ist ziemlich viel. Ja, das weiß ich. Soll ich sagen, was passiert ist? Ja, natürlich. Deshalb sind sie hier. Okay, als unser Arzt nach Hause geführt ist nach einem langen Tag wie normal, ist er fast ermordet. Wirklich? In ihren kleinen Stadt? Ja, leider ist es passiert. Was genau ist passiert? Er ist nach Hause auf seine Pferd geritten. Und als er durch sein Tor geritten ist, ist seine Pferd umgefallen. Es gab einen Metallsaal zwischen zwei Bäumen. Ein Pferd ist durchgeritten. Das Pferd ist gestorben und ist auf unsere Arzt gefallen. Er war fast tot und musste ins Krankenhaus für vier Monate sein. Und was kann Leute für dich tun? Wenn sie irgendetwas in der Nähe von Eichwald gesehen hat, am 14. Oktober letztes Jahr, das nicht normal war, bitte rufen uns an oder schreiben Sie uns ein E-Mail. Von der Nähe von Eichwald. Ja, ich bin froh.